Versteckt in der Ecke muss Martin Ellie durch die Einkaufspassage des Todes dirigieren und ich darf ja nicht mal den Horchemodus benutzen. Was für eine Qual. Okay, wie ist dann Nahkampf nochmal? Mit Viereck einfach, mit dem Messer. Einfach nur so? Ja, aber ich würde es vermeiden, weil ich habe unser ganzes Leben mehr oder weniger vorher damit schon aufgebraucht. Was zu essen haben wir auch nicht mehr damit. Ja, danke dafür. Gut, das war doch immer so, wir finden doch dann was zu essen, wenn wir volles Leben haben. Okay, ist das ein Clicker? Das sieht so aus. Da liegt doch was, der gute alte Stein. Ich behalte erstmal die Flasche, die macht ja mehr Lärm. Da ist der gute alte Alkohol. Oh, irgendwas kommt. Bewegt dich mal nicht, bewegt dich nicht, bewegt dich nicht. Messer ihn einfach mit. Jetzt, ich muss hingucken. Die Konfetti in den Haaren. Na ja, Haarpflegeprodukte hätten Show, das war aus. Sei mal nicht so klein. Was wachst denn du über die Ellie? Sag mal. Wo ist denn da hin? Um eine Ecke. Ich glaube, wir können wieder. Dreh dich mal um nicht, dass hinter uns noch jemand kommt. Da ist Clear, ist nur der eine. Weißt du, der kommt da wieder lang? Der ist ziemlich nah auf jeden Fall und ich glaube nicht, dass er jetzt lange weg bleibt. Ist der nicht direkt hinter dir? Vorhin hinter mir? Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er nochmal wieder an. Ja. Der haut aber gerade ab. Okay, jetzt ist er da weg. Jetzt kommt der andere jetzt. Na ja, guck. Dann warte ich mal hier genau in der Ecke. Nein, natürlich kommt er nicht hier lang. Der andere ist auch nicht. So laut ist es gerade nicht mehr. Flaschen. Da war Pistole-Munition sogar voll. Oh. Sehr schön. War tatsächlich viel, aber besser als nix. Korrekt. Jetzt kommt dann gleich wieder einer, oder? Ich finde gut, dass das funktioniert. Ja. Kann machen. Aber das kann doch im Hauptspiel mit Joel nicht funktioniert haben, weil da war es doch immer, der scheiß, dass die Scheren immer abgebrochen sind. Ja, genau. Wir wollen immer noch zum Hubschrauber prinzipiell. Die Frage, ob man diesmal vorbeischleichen darf oder auch wieder alles ermorden muss, dass es weitergeht. Letztes Mal diesen Zusammenschnitt gesehen von der Hamsterbacke. Ja. Auch dein Zitat drin war es. Nur mein Ordnungssinn, der uns hier zum Massenmord treibt, weil ich alle umbringen möchte. Nicht ertragen kann, wenn es so unordentlich ist. Oh, es gibt hier einen Text. Atrium-Notiz. Da die Vorräte zur Neige gehen, sind gefreiter Eugene Ellis und ich in der Hoffnung, zusätzliche Vorräte besorgen zu können. Ach so, in der Hoffnung zusätzliche Vorräte? Mich nervt das immer nicht. Diese Schriftart, ich kann nicht Komma von Punkt unterscheiden. Ja. Das tut man hier echt nicht. Wir wurden unvorbereitet überrascht, als uns eine Gruppe von etwa einem halben Dutzend Infizierter des zweiten Stadiums angriff. Wir haben die Gefahr neutralisiert, allerdings erst nachdem Ellis gebissen wurde. Nach einer hitzigen Diskussion, in der Gefreiter Ellis versuchte, sich das Leben zu nehmen, hatte ich ihn kampfunfähig gemacht. Anschließend nahm ich es selbst auf mich, gegen das Protokoll zu verstoßen. Ich isolierte die Infektion mit einem Druckverband. Ich fand eine chirurgische Säge im verlassenen Notlager und reinigte sie. Ich verabreichte Gefreiter Ellis Morphium, bevor ich seinen Arm einige Zoll über den Biss amputierte. Ich bin zuversichtlich, dass der Gefreite, sobald er das Bewusstsein wiedererlangt, von der Cordyceps-Infektion befreit ist. Wir wissen ja schon aus der anderen Notiz, dass das nicht geklappt hat. Ältere, andere Seite, zu spät. Mensch Martin, du kannst dich links von rechts unterscheiden, das kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Das wäre mir nie passiert. Pst! Ich glaube bestimmt, ich würde etwas geiles bauen. Ein Medikid! Was gar nicht mal so verkehrt ist. Vielleicht noch einen. Sogar ein drittes bauen, nein, ich auch nicht. Hm, schon mal gar nicht verkehrt. Und das ist eine Rauchbombe. Haben wir nicht. Ich glaube, wir sind auch gar nicht schlecht ausgestattet. Ja. Wolle ich mal eins essen? Na, obwohl es geht noch. Es geht noch. Müssen wir denn wieder nach oben? Ja, schon. Ne, Fratsch. Den Strom haben wir doch jetzt aktiviert. Vielleicht ging mir jetzt die Tür da auf. Ah ja. Ja, super. Da leuchtet es ja auch schon so grün. Das hat nichts zu bedeuten. Klappe, Flappy Bird. Da kommen die her. Ich habe es noch nie gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie das aussieht. Ich weiß nur, dass es der latest shit ist im Moment. Das ist glaube ich schon wieder vorbei, Martin. Wir sind ja zu spät zur Party. Ja. Ist da noch irgendwo einer oder das ist nur der eine? Ich glaube nicht der letzte. Nein. Entschuldigung. Dann haben wir ja bereits unser Messer vorgestellt. Ja, komm her, komm her, du Sau. Ah, das ist... Okay. Die Store hat besser gearbeitet. Oh, fuck yeah! Sieht aus, als müssen wir die wirklich erst einmal umhauen. Jetzt probiert. Den Lärm, den sie ja auch macht. Da liegt ein Zettel. In der Tat. Ups, alter Kopf. Mal. In der Tat. In der Tat. I found a couple recorders. Maybe we can, you know, document this whole thing. And it gives me an excuse to talk. Even if it is to myself. You hit me pretty hard the other night. Not gonna lie, that shit still stings. I was trying to feed you. You actually accused me of stealing your food. You got any idea how hungry I am? I mean, I know it's a fever talking. I left you, you know. Hell, I even managed to get a good ten miles out before turning back around. It's like you say. We sleep together, we eat together, we shit together. This unit is a family. So no, no. I'm not going anywhere. God. Let's just let him pull through. This thing is stupid. Das wiederkehrende Motiv vom Leute zurücklassen spiegelt sich auch im Titel des Werkes wieder. Ja, hallo, seit der Reich-Ranitzki nicht mehr da ist, muss das ja irgendjemand machen. Der hätte ja sonst gemacht bei das. Noch was. Ich glaube auch. So. Das sieht sicher aus. Entweder das oder seitlich über diese Glasdinger klettern. Mhm. Mhm. Ja, die Schuhe nur im Weg. Auch nicht. Doch, kannst du da nicht hochklettern. Mit X. Die Metz ist nicht gemacht. Jetzt. Na, du. Stell dir mal. Oh, fuck. Okay, be cool. Just be cool. Here we go. Just a little hop. Ja, aber der hängt doch schon so. Näh. Die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe. Bwa! Are you ready? Totally. Hahaha. Bwa! Are you kidding? Told ya. Wait, won't the soldiers spot them all being all lit up? Nah, the exterior lights don't work. How do you know? This Firefly, Melanie told me all about it. Du darfst wahrscheinlich fahren und sie drückt den Knopf. Oh man. Come on, get up here, sit next to me. Alright, wait up. No, 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 no. I just got on. Live! Fully. Well, I loved it. So there. Oh, I got something else. What is that? What did the triangle say to the circle? What is that? You're so pointless. Fuck you, you found another pun book? What did the cannibal get when you showed up to the party late? Um, a cold shoulder. Here, thanks for you. You know, you might just be my favorite person again. Just saying. I know my girl. Just saying. All right. You ready? All right. I heard two peanuts walked into a park. One was assaulted. A boiled egg in the morning is really hard to beat. That's funny. That is funny. I like that one. I'm reading a book on anti-gravity and it's impossible to put down. Nice. Yes, that was awesome. It's not that the guy didn't know how to juggle. He just didn't have the balls to do it. I'm glad I know sign language. It's become quite handy. I forgot how to throw a boomerang, but it came back to me. When the clock is hungry, it goes back for seconds. Oh, I get it? It goes back for seconds. Yeah. But that's also cool. That was in German probably different, right? I just read German and looked back to the evening. What does the clock do if it's hungry? It goes back for seconds. I once heard a joke about Amnesia. But I forget how it goes. When the power went out of the school, the children were delighted. Those fish were shy. They were obviously coy. Oh, that's cute. That's cute. All right. That's enough. I miss the way. Until next time, puns. The photo book's on. Ellie, we're so doing this. But I find it also cool that they did the effort to make other words that work on German. Yeah, although all of them didn't work. Yeah? I haven't read all of them, but... How does this work? You just follow the instructions, I think. Should I do it? No. You know what? You do it. And off we go. Ah, was nehmen wir denn? Freunde. Wir sind ja gerade wieder Freunde. Let's try friends. Wow, that's adorable. I'm the frog. You can't choose a character. You're the rabbit. Well, let's go back. Should we stick to friends? There's my frog. Gotta go with the frog. Oh, okay. Smile. As an angel. Aw. Okay, something creepy. Move in, move in. Oh, oh, let's make an ugly face. Okay. Squishy face, squishy face. Squishy face. Okay, let's make a silly face. Okay. Alright, be all sexy. Aw, it's all done. Alright. Huh, these look great. What's a face book? Ah, cook. Do we print our faces in a book? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. I'll do my Facebook post. So functions with that. Yeah. Oh, we can just print our pictures. Oh, my God. I can't believe this is actually gonna work. Ha, 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 no. Hit retry. Oh, nein. What? Oh, come on. Fuck you. Maybe you can pet it up here. Ha, 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 ha. Oh. Uh oh. Fuck. Oh, ha, ha, ha. What just happened? I think we broke it. I think we did too. Ha, 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 ha. I think we did too. Ha, ha, ha. Sooo. Sooo. You wanna keep exploring? Hell yeah. Yeah. Wollen Sie eigentlich noch was richtiges vor? Oder? The 6 a.m. shift starts in 10 minutes. All drafts of citizens must report for duty. Anyone have to... I hate that lady. Why does she have to sound like such a dick? I know, right? Here's how I do it. Attention. The 6 a.m. shift starts in 10 minutes. Ha, ha, ha. Oh, okay. Let me try, let me try. Citizens are required to carry their ID card at all times. Report all signs of infection to your nearest area administrator. Remember... Inaction costs lives! Yeah, that would definitely be better. We should go upstairs. See what's up over there. Oh, you look like it's already down. Whoa! Look at me! Whoa! Oh nein, ich bin nicht schneller als die Rolltreppe. Verdammt. Das Beste an Rolltreppen. Wow! Das ist der Hammer. Die Arcade funktioniert. Das ist viel zu gut, als dass wir das in diese Folge noch reinkriegen. In der nächsten Folge. Du meinst, das ist viel zu gut, als dass du mir das gönnen würdest. Du Sack. Exakt. Du könntest nicht mal den Dreck unter die Finger legeln. In der nächsten Folge Videospiele im Videospiel. Videospielception. Tschüss.